Mama, kommst du bitte? Ich habe etwas anderes für dich auf dem Lager. Was? Ich bin mit ihrer scheiß Toilette. Guck mal. Komm jetzt bitte. Mama, kommst du jetzt bitte? Du bist doch fällig mit der Toilette. Scheiß Toilette. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Blöde Toilette. Hier, eine Sonnenhalle nehme ich dir jetzt für dich auf. Anstatt Schweißunwetter. Ne, hast du mir nicht gesagt. Ich hätte gesagt... Nein, du hast das stinknormale Volk gesagt, die wir vorhin auch gesehen haben. Bleib bitte mit auf den Balkon raus, es ist warm geworden. Ja, jetzt 25 Grad fast. 20, wie kann das? Nein, 23 bis 25 Grad. Nur da wird das Arsch kalt. Es ist leider überwiegend bewält, aber rechts kommt wieder blauer Himmel ein bisschen. Rechts kommt blauer Himmel, siehst du ja. Aber da hinten bei Enst ist wieder rabenschwarz, da kommt wieder rabenschwarze Front. Und da hinten bei Enst wird die Berge gehabt, wo auch die Ballons immer aufsteigen. Also Richtung West, wo die Sonne untergeht. Da kommt wieder rabenschwarz, da kommt ein Schelf Cloud. Da kommt ein Schelf da hinten. Da hinten kommt ein Schelf Cloud. Siehst du die Mauern da hinten? Joachim-Mor hinten die Schwarze Schelf Cloud Aber das ist die Sache, es geht nicht zur Sache. Die Schwarze Schelf Cloud Maro Dahinten ich ist nicht, die die das, dieретste Schwirtschaft Maro Der Schwarze Gewehr Schelf Cloud Maro, der Schlwarze Gerwitter Schelf Cloud Der schwarze Ger Jackson, der Schwitter Schelf Cloud Maro, den schwarze Gerwitter Schelf Cloud Der schwarze Gerwitter Schalf Cloud, die jetzt, von rechts gerade hoch kommeр Wrap undergraduate das liegt jetzt nicht zur Sache, das liegt jetzt nicht zur Sache, das liegt jetzt eigentlich nicht zur Sache, eigentlich liegt das jetzt nicht zur Sache, sondern die Sonnenhalle, die zur Sache, ne? Guck mal, hallo, der, der Kappe, versteht der mich nicht mehr? Ja, der hat Hanno gerufen, Feierabend, cool, ich habe das Unwetter verjagt, cool, ne? Ich habe das Unwetter verjagt, gut, gut, sagt er, ich habe diese Fähigkeit sowas, tut mir leid, ich will dir nur Freude machen, Mama, das war jetzt kein Ärgern, ich wollte Spaß, ich habe nur Spaß gemacht, du bist auch keine Hexe, aber in der Schule hat man früher auch im Kindergarten und im Nuttler, wo wir gewohnt hatten, überall im Vermittilbeste, ich habe mich früher als Wetterhexe bezeichnet, weißt du das? Ja, ja. Soll ich jetzt ja auch links und rechts filmen? Doch, die Wolkenformationen, nein, die Wolken, diese komischen, nein, ich mache jetzt ein bisschen links und rechts, das ist doch meine Sache, was ich filme, okay? Ich darf über deinen Film auch nicht bestimmen. Sonnenhalle ist auch das Maßgebende, gebe ich dir auch zu. War denn in der Zeit auch eine zu sehen gewesen, wo ich geschlafen habe? Ich denke, ja, aber kurz, weil da kamen schwarze Wolken und dann geht es weiter, richtig? Nee, warte mal, ich muss geschlafen, aber nur schwarze Wolken kommen, richtig? Ich muss geschlafen, aber nur schwarze Wolken kommen, ne? Sonnenhalle kam jetzt erst raus, guck mal, die lacht so schön. Und sind welche mit Horobots draußen auch nicht, ne? Mama, kommst du her bitte? Uns sind welche mit Horobots draußen oder gar keiner? Die da hinten? Nein. Auch nicht? Ist gar keine Horobots draußen? Schade. Ich finde die zu lustig mit dem Stehdinger, mit den Stehfahrzeugen. Piep, piep, piep. Oder Metalldecktor, sind auch welche mit Metalldecktor draußen? Nein. Auch nicht mit Metalldecktor, die Jungs? Nein. Gar keiner draußen mit irgendwas? Das sind nur Asafar, sie von der Schule. Ja. Der Große, das ist der Osama-Junge, richtig? Du Bruder. Und deine auch, der Kräftige, ne? Boah, was sind die groß geworden, Osama-Brüder. Und der Dritte dabei ist, das ist der kleine Bruder von Osama-Jungs. Von Osama-Jungs, ne? Der hat nur gefragt, wie es uns geht. Der hat nur gesagt, ne? Die Kinder, die da jetzt bei dem Müllturm, wer ist das? Auch die Syrer, ne? Gut. Das ist, ob die Leute von unserer Seite sind, richtig? Hier, wie bei der Sonne, hallo, ist der Wolken-Formation. Ja, sehe ich jetzt gerade erst. Ansonsten, ansonsten sehe ich gar nichts draußen. Nur über die Bewölkung. Aber die haben kein Regen gesagt heute. Dem ein Treibersohn bitte gesagt. Das weiß ich. 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 Was haben wir uns da hier? 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 Was haben wir uns da hier?